ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Nein Gut, die gehen doch doch gar egal Auf jeden Fall Ja, das kenne ich nicht mehr Wo wir vorher gewohnt haben, weil wir sind Ja, geil, ne? Hm So, die Kaffeemühle haben wir drunter Ne, sowas will ich nicht mehr Ja, geil, ne? Ja, das ist ja auch immer Ja, die holen die Sorry, bleib ich da noch drin? Hm Das ist ja auch immer